Konditionell, technisch und taktisch. Dennis Strzelecki beherrscht die Sportart wie kein anderer. Ballverrückt ist der Sportler schon seit seiner Geburt. Erst Fußball, dann Schwimmen und im Alter von 10 Jahren entdeckt er Wasserball für sich. Gerade als er noch zu uns kam, war er noch ein kleiner Junge und jetzt ein gestandener Mann. Er spielt auf internationalem Niveau und ist in seiner Mannschaft ein absoluter Leistungsträger. Vor 24 Jahren wurde der deutsche Nationalspieler in Russland geboren. Beim Düsseldorfer SC beginnt seine Karriere. Sein Stern geht aber erst ein paar Jahre später beim OSC Potsdam auf, als er dort die ersten Schritte im Profibereich macht und mit dem brandenburgischen Verein in die erste Liga aufsteigt. Ich verbinde da sehr viel und ich denke mal, das war auch ein wichtiger Schritt für mich, für meine Entwicklung, dass ich zu Potsdam gewechselt bin. Doch damit nicht genug. 2017 wechselt Strzelecki zum Berliner Rekordmeister, Wasserfreunde Spanner 04 und entwickelt sich dort zum absoluten Leistungsträger. Wir sind eine sehr coole Truppe. Wir haben jetzt viele neue Spieler dazubekommen. Alle sind witzig und ich liebe einfach, diesen Teamgeist im Training zusammen zu kämpfen, zu ackern und dann auch im Spiel das zu zeigen. Erst die Erfolge im Supercup, DSV-Pokal und in der Liga, dann das Erreichen des Final Eight der Champions League. Für Dennis Strzelecki sind in Berlin alle Träume wahr geworden. Er ist ein sehr starker Spieler und er ist aber auch sehr schnell und er hat einen sehr starken Schuss, der ich als Torwart, muss ich schon sagen, schwierig ist zu halten. Und das hat er auch in der Bundesliga und in den Champions League-Spielen schon bewiesen und natürlich auch in der deutschen Nationalmannschaft. In der laufenden Saison hat Strzelecki in neun Bundesliga-Partien schon 27 Treffer erzielt und zahlreiche Vorlagen gegeben. So auch beim Aufeinandertreffen der Wasserfreunde gegen die Herren vom OSC Potsdam. Denn die ersten Minuten gehören eindeutig den Spanndauern, die nicht nur schnell durch Bilal Badamassi mit 3 zu 1 in Führung gehen, sondern auch kräftig Druck machen. Eine Aufholjagd gelingt den Orcas weder in der ersten noch in der zweiten Hälfte. Immer mehr schwindet die Konzentration der Gäste, während die Berliner durch Soran Bosic mit 13 zu 1 im Vormarsch bleiben. Doch das soll nicht die Vorentscheidung sein. Schließlich legen Luca Marziali und Bilal Badamassi noch einige Treffer drauf und belohnen den Tabellenführer mit 19 zu 4. Es war cool, die Leute wiederzusehen, die ganzen Leute aus Potsdam, alte Freunde. Und ja, man hat auch gesehen, wir tauschen dann auch kleine Zärtlichkeiten im Wasser aus. Das ist dann aber auch nicht schlimm, wenn wir dann außerhalb des Wassers immer noch befreundet sind. Viele Profis, wie auch Dennis, genießen es, einen anstrengenden Trainingstag vor der Xbox oder Playstation ausklingen zu lassen. Aber am häufigsten trifft man den Nationalspieler immer K10-Kitz an, welches im Herzen Schönebergs liegt. Dort reihen sich Restaurants, Cafés und Bars aneinander. Das Leben hier ist abwechslungsreich und gelassen. Kein Wunder also, denn auch der Wirtschaftsingenieurstudent ist ein entspannter Typ. Mit dem kann man immer Spaß haben, egal, und der ist immer für einen da. Wenn man anruft, ist der meistens erreichbar, sage ich mal. Um im Wasserball an die Spitze zu kommen, muss man konditionell und mental auf der Höhe sein. Dazu gehören ganz viel persönliches Geschick und großer Wille. Diese Eigenschaften besitzt der ballverrückte Dennis Strzelecki allemal. Und für die Wasserfreunde Spanner 04 ist er ein echter Sechser im Lotto. Spannungsgerät